Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abfahren. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich fahre ab, du fährst ab, er fährt ab, wir fahren ab, ihr fahrt ab, sie fahren ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich fuhr ab, du fuhrst ab, er fuhr ab, wir fuhren ab, ihr fuhret ab, sie fuhren ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin abgefahren. Du bist abgefahren. Er ist abgefahren. Wir sind abgefahren. Ihr seid abgefahren. Sie sind abgefahren. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich fahre ab. Du fahrest ab. Er fahre ab. Wir fahren ab. Ihr fahret ab. Sie fahren ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich führe ab. Du führest ab. Er führe ab. Wir führen ab. Ihr führet ab. Sie führen ab. Den Schluss macht der Imperativ. Fahre ab, du. Fahren ab, wir. Fahrt ab, ihr. Fahren ab, sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abfahren. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.